Hallo zusammen, ich habe hier wieder mal eine Kühlanlage in einem sehr alten Schlachthof mitten in der Schweiz und ich stehe praktisch am Gotthard in der Nähe von Andermatt alles verhangen, aber hier hat es nur Rinsch herum Berge. Wir haben hier eine alte Tür, Frigorex, bei der Firma habe ich mal vor 25 Jahren gearbeitet und hier hängt ein neues Kühlaggregat, Riva Colt, neuer, moderner, alter Kühlraum. Das gibt einen Schlachtraum für Wild, das dann zwei, drei Wochen im Jahr verwendet wird. Ja, die Tür ist schon ein bisschen älter, ihr seht hier, das ist meine Hand, massive Holztüre. Ja, ein Riva Colt FSH, also eine Splitversion, 06, das reicht für 6 bis 8 Kubik. Ja, das ist das kleine alte Schlachthaus, was hier einsam und verlassen steht, mit einer neuen Kühlanlage. Ich wünsche euch einen schönen Tag aus den Schweizer Bergen. Vielen Dank.